Hi, hier ist Sebastian von Sean Cool Music. Ich habe mir den Yamaha MIDI Data Filer MDF3 gebraucht gekauft und habe festgestellt, man kann ihn auch ganz gut als MIDI Clockgeber benutzen. Allerdings gibt es ein Problem. Ich zeige euch mal eben, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier eine Blankosequenz aufgenommen am Gerät selber ohne Noteneingabe. Am Anfang muss man die BPM-Rate pro Sequenz festlegen. Das sind hier 150 BPMs quasi bei diesem Projekt. Wenn die Sequenz läuft und das Gerät sendet, kann man auch die Geschwindigkeit anpassen. Stoppt man das Projekt und startet es wieder, springt es immer auf die ursprünglich hier festgelegte BPM-Rate, also hier 150 zurück. Was habe ich gemacht? Auf meinem USB-Floppy-Adapter habe ich mir ein paar Files angelegt. Das heißt, ich habe diese originale MIDI-Sequenz über 60 Minuten mit 150 BPM genommen, habe die Dateiänderung geändert in MID und habe das im TS-MID-Editor angepasst. Ich nehme jetzt hier als Beispiel mal das fertige Pfeil Clock 170 mit 170 BPM, ändere das Ganze auf 172 BPM, speichere das Ganze wieder auf dem Stick, muss die Endung wieder umbenennen, also in das Format .x. Der TS-MID-Editor erkennt nicht das X-Format und der MDF3 erkennt nicht das MIDI-Format. Das heißt, das muss man eben mit der Endung ein bisschen anpassen. Aber wenn man hier fertig ist, hat man auf diese Art und Weise dann eine Sequenz mit einem Clock-Timing von 172 BPM. Und so habe ich mir hier ein paar Files angelegt für meine Projekte mit den Clock-Times, die ich so ab und zu mal nutze. Je nachdem, wie ich es brauche, kann ich das auch relativ simpel dann wieder anpassen. Denn man kann nicht im Yamaha MDF3 eine Sequenz kopieren und dann die Geschwindigkeit anpassen. Ich habe diese Funktion nicht gefunden, also muss ich diesen Weg gehen. Ich habe verschiedene Programme ausprobiert und habe festgestellt, am einfachsten und am schnellsten geht das mit dem TS-MID-Editor. Und den könnt ihr euch natürlich auch runterladen. Ich habe hier die Suchmaschine Google genommen und der oberste Eintrag, der verlinkt euch auch dann quasi gleich zum Download des Programms. Ich möchte euch das Ganze auch nochmal eben kurz im Live-Betrieb zeigen mit meiner MPC Live. Das MDF3-Gerät ist also mit einem 5-Pin-DIN-MIDI-Kabel mit der ARCAI-MPC verbunden. Die MPC Live habe ich jetzt hier auch auf MIDI-Receive von der Clock gesetzt. Und ihr seht links meine ganzen Projekte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sequenz mit einer BPM-Rate von 130 nehme und starte die Sequenz, dann ist das MIDI-Start. Die MPC startet, ich stoppe das Ganze, ist MIDI-Stop. Die MPC stoppt das Ganze und jedes Mal, wenn ich die Sequenz neu starte, fängt das Projekt von vorne an. Man kann auch pausieren, das ist kein Thema. Alles easy. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel die Sequenz ändern möchte von der Geschwindigkeit mit 130, dem Pfeil, und passt das Ganze an. Und gehe jetzt mal runter zum Beispiel auf 83 oder auf 86 BPM, ist das kein Problem. Nehmen die MPC, passt diese Geschwindigkeit mit an, stoppe ich das Ganze Projekt und starte wieder, fange ich wieder original bei den festgelegten 130 BPMs an. Und so habe ich jetzt die ganzen Files zur Verfügung und kann für das jeweilige Projekt mir aussuchen, welche BPM-Rate ich nutzen möchte. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Und falls jemand das Gerät bekommt oder günstig eine Alternative sucht, der MDF3 funktioniert so als MIDI-Clock-Geber.